Nochmal versteckter Tresorraum, aber diesmal bei der Imperial Bank. Ja, warte. Ich muss mal kurz was gucken. Ich kann ja eigentlich schon mal, oder? Du kannst eigentlich schon auf bereit gehen, glaube ich. Loppy erstellen. Vielleicht ja schon mal schnellere Bewegung, warte mal. Tau, Gesundheitsregeneration, Ausrüstungsaufladung, das hätte ich gerne, dass sich das ein bisschen schneller auflädt. Was hast du denn als Ausrüstung? Ja, ich habe halt die Granaten dabei. Achso. Wo war das jetzt? Habe ich das jetzt ausgerüstet? Jetzt habe ich es ausgerüstet. Hier eine grüne Flasche. Wie ist das im Stream? Ja. So, breit. Eine Shotgun habe ich mir nochmal gekauft. Ja, ich muss erstmal Geld sammeln. Kostet alles hier. Ja. Ja. Bei Payday ist es aber auch nicht günstiger. Ja. Genau. Aber ich würde erstmal das hier, also was heißt durchspielen. Ich würde die mal alle Missionen einmal spielen zumindest. Ja. So viele sind es ja glaube ich sowieso nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ach ja, das ist bloß eine andere Map von der gleichen Bank. Von einer anderen Bank. Also ist es quasi genau das gleiche, bloß eine andere Bank. Könnte man die irgendwie markieren? Die Typen? Wieso nicht. Warte mal. Also ich habe es auf dem Maus 4, Maus Button 4 bei mir gelegt. Warte mal, ich will mal ganz kurz aufgeben. Das ist nämlich Quatsch. Ich glaube mittlere Maustaste war es oder so. Also mit Q geht es nicht. Wie mache ich denn jetzt einen Stufenaufstieg? Will ich verarschen? So, nochmal. So, Bots auswählen. Auf gehts. Denn man konnte die doch irgendwie markieren, die Typen, ne? Also wie gesagt, ich habe es bei mir, ich vermute, dass es mittlere Maustaste war. Ich habe es bei mir halt auf die Seite von der Maus gelegt. Ah, Ping kann mit mittlerer Maustaste helfen. Ah, okay. Steht als Tipp da. Ach ja, und denkt an die Spenden vor den ihren Augen. Ja, äh, äh, äh. Es geht nur in Payway. Ja, aber auch nur wenn du den Skill hast, oder? Nee, stimmt. Ich störe die nicht. Was sind das hier für Räume? Okay, das heißt, es gibt irgendwo... Hier ist ein Security-Raum. Ich habe hier Office. Da drüben ist auch ein Office. Wir müssen erstmal so diese komische Tarte... Ja, 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 warte, 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 warte. Fuck. Oh nein. War das F oder E? Was? Überwältigen. Äh... F. Was? Nein. Ein schüchternes E bei den Zivilisten. Äh... Ach, du kannst Zivilisten aber auch überwältigen. So, Kameras sind aus. Sehr gut. Oh, danke. Oh, jetzt... Wie kann ich die Wand wieder wegstecken mit H, ne? Ja. Die what? Was ist das denn hier los? Ach so, ach so, ach so, ach so. Wieso ist das hier ein... Gesperrter Bereich? Bist du zufällig mal in der Nähe? Nee. Ich bin ja auch hier oben im gesperrten Bereich. Jetzt bin ich wieder draußen. Ich komme mal zu dir runter. Können wir in Security rumpacken. Nimmst du die zwei mit? Ja. Äh, wer, 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 wer ist denn da was? Ja, ja, weil ich da oben aus, weil sie im privaten Bereich war, da hat's halt im Security-Feed mitgeschickt. Ach so, ein Zivilist hat das gesehen? Ja, 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 und ich konnte nicht einschüchtern, weil ich erst nicht dran gedacht habe. Ach so, ach so. Ja, das hier ist auch privater Bereich, ne? Ab dieser schwarzen Linie. Ja. Ab den schwarzen Fliesen hier. Das hier aber nicht, nee. Vault-Area steht hier. Frage ist, wie das aufgeht. So, wo ist diese blöde Dreckstafel? Geh mal. Was suchst du? Ja, die Tafel mit dem Namen von einem Schichtarbeiter, weil wir müssen ja wieder einen PC hacken. Ach so. Ach so. Das ist tatsächlich genau das gleiche, oder was? Ja, ja. Aber es ist halt, glaube ich, ein anderer Aufbau. Ja, ja, das ist ein anderer Web, definitiv. Hier ist ein Office, ich guck mal da hier ins Office rein. Mhm. Sind da nur Zivilisten drin? Ja, ja. Wird die Fenster nach draußen, nee. Ich glaube, die Securities gehen ja auch nicht in diese Offices rein. Warum auch immer. Aber hier stehen gar keine Computer. Nein. Das heißt, wir lassen den Typen jetzt auch hier und räumen den nicht in das Security Office? Nee, ich würde den jetzt da lassen. Weil die Securities gehen ja dann nicht rein. Mhm. Ach, dass man nicht sprinten darf. Ach, hier, hier ist es Tafel. Der Nachtarbeiter heißt Zoe Cole. Zoe Cole. Zoe Cole, ja. Was? Ja. Und der muss mit dem PC hacken. Zoe Cole, dachte ich hätte ich irgendwie drüben gelesen. Oder habe ich mich da gehört? Hast du die, wo sind denn die PCs überhaupt? Ich, du musst durch diese Office Räume durchgucken. Da steht manchmal ein PC drinnen. Ja, hinten sind wir noch Zivilisten, ne? Die kommen alle so nach und nach hier hinter. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine rote Schlüsselkarte. Sehr gut. Und ein PC habe ich auch gerade gefunden. Ach, oben bist du? Und der ist sogar von Zoe Cole. Perfekt. Wie kommt man denn hoch überhaupt? Da kannst du einfach hochlaufen. Ach da. Da oben? Ja. Ja, hier sind übelst viele Zivilisten, wir müssen mal gucken. Wahrscheinlich wird da jetzt gleich der Alarm eh gleich losgehen. Meinst du? Hier ist noch ein versteckter Tresor, oder? Oh, wenn uns doch keiner sieht. Vorsicht, hier steht schon wieder eine Guard. Da war ein Zivilist. Die hat eine rote Karte. Da ist einfach eine neue Guard nach hinten gedappt. Was war denn das? Jetzt geht immer der Alarm los, sobald du hier den Resortraum betrittst. Ich glaube, das ist mit Absicht so gemacht. Das heißt, man kann es gar nicht komplett stealth machen? Ja doch, aber du müsstest halt alle erst mit Kabelbindern festnehmen. Und dann... Geh doch mal auf den Boden. Ich meine, wir haben das ja schon mal gemacht bei der anderen Bank, komplett leise. Ja. Das ist klugeste Arbeit. Dass die Cops hier rumbaddern, während hier überall Zivilisten dazwischen stehen. Alter, es sind hier einfach irgendwie zu viele. Bei mir droppen hier übelst die FPS. Okay. Na komm... Ich glaube, das bringt doch gar nichts, sie jetzt festzunehmen. Du kannst es ja eh nicht freilassen. Ich würde einfach hier hinten jetzt beim Bohrer hocken. Das Entry Team geht upstairs, oder was? Ja! Schnellора. Mas Priestote. Das ist nicht zurück. Das ist nicht gegeben. Sehr gut. Ich shadowe mich. Der Drill hat seine Aufgabe geschafft. Hell, ja! Schau mal das Grün! Zeit ist kurz! Geh es und gehen! Entry team, performant. Wir sind in die Empfehlung. Gehen! Die machen sogar die Tresore auf die Boots, kann das sein? Wir nehmen alles mit, oder? Wir nehmen alles mit, oder? so haben wir jetzt noch alles ich glaube jetzt haben wir alles, ne hier ist noch ein safe wo müssen wir denn damit hin? so wie es aussieht nach draußen einfach vor die Tür oder was, muss man mal irgendwas hat er von einem Elevator erzählt, oder? ach so, doch wieder aufs Dach aber irgendwer schießt da auf mich na, kriegen wir denn Geld abgezogen, wenn wir Zivilisten töten, wie bei Payday? das weiß ich nicht, ich probier's mal aus da hinten liegt noch eine Tasse ja, ich bin am Weg kommen die Boats auch mit? die teleportieren sich und gar keine Deckung Dann harte Vorsicht. Ich habe einen Sniper. Ich habe einen Sniper. Ich habe keine Kisten mehr, aber... Äh, keine Taschen, keine Kisten. Die sind noch Taschen, ne? Achso, ja. Aber die kann ich mitbringen, es sind nur zwei Stück. Sniper zielt auf dich. Das ist ein Scheinwerfer. Okay. Dann Abmarsch oder was? Ja. Wieso es geht? Nein. Achso, ich muss mich in den Bereich stellen. Jetzt, Homie. Ah! Hm. Ja, ich glaube, diese Missionen sind so gedacht, dass du es halt leise bis dahin machst, wo dann der Raum aufgeht und dann... Aber es war keine saubere Ausführung. Ja, weil Zivilisten, glaube ich, gestorben sind. Also. Ja. Ja.